So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und heute müsste der Freitag sein. Klingt komisch, ich weiß, ich bin wahrscheinlich momentan immer noch unterwegs mit Natururin und mit Flutty. Wir sind immer noch wandern, alles, deswegen gab es auch keine Streams großartig die Woche, weil wir unterwegs sind, ich aber trotzdem Videos für euch vorbereiten wollte. Immer noch Special Weekend, Special Week, bei euch nicht, egal, die Regirock ist da, die Regis allgemein sind da, Regirock, Registil, Regie Ice. Ich möchte jetzt mal hier das hier rüberschieben, damit das Video nicht so aussieht wie das letzte, sondern damit das wenigstens ein bisschen anders wirkt. Ein großes Ziel hatte ich nämlich noch jetzt im letzten Event, im Y-Event mit Eviltal. Es gab ja so oft vermehrt Eboli. Es gab Felinara, die Entwicklung, wir haben ja ein Video gemacht mit Felinara. Wir haben gezeigt, wie wir ein 100% Felinara entwickelt haben. Wir haben ein 100% Felinara gepusht bis zum Maximum auf Level 50. Das kommt hier auf 3470 WP. Na ja, auf 3470 WP. Wir haben dann ein extra Video gemacht. Wir haben Felinara entwickelt als Shiny. Wir haben Felinara entwickelt als Shiny mit Blumenkranz. Wir haben entwickelt Felinara als Lucky Pokémon, sodass hier die Einträge alle komplett waren. Ihr habt also männlich, weiblich, Shiny, Lucky, alles da. Gesehen 4, gefangen 4, Glücks 1. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Und als ich dieses Felinara hochgezogen habe auf Level 50, habe ich mir ein Ziel gesetzt. Ich wollte bis zum Ende des Events unbedingt so viel Bonbons und XL farmen, dass ich alle Evoli-Entwicklungen auf Level 50 ziehen kann. Und das möchte ich jetzt hier machen in diesem Video. Hier seht ihr auch übrigens, das habe ich gestern vergessen. Ich nehme das jetzt genau danach auf. Ich habe gestern die Evoli-Entwicklungen geradet im Solo. Im Dreier-Raid-Solo. Habe geguckt, schaffe ich das? Schaffe ich jede Evoli-Entwicklung Solo zu raiden? Wir hatten Nachtara hier aus dem Raid, Psyjana aus dem Raid, Flamara aus dem Raid, Blitzer und Aquana. Und weil ich die gestern vergessen habe zu bewerten, können wir euch das jetzt mal zeigen, welche Bewertung die haben. Waren alles Fan-Raids? Wundert euch nicht. Ich habe die hier gefangen, aber die Einladung kam aus Saragossa. Das hat 10, 11, 15. Vielleicht für GBL. Nein, für GBL bräuchte die 100er, was ihr hochzieht. Dann habt ihr Psyjana, 12, 15, 11. Dann habt ihr hier Flamara mit 14, 14, 13. Ihr habt einen Blitzer mit 11, 12, 12. Und ihr habt einen Aquana mit 10, 11, 15. Ist alles jetzt nicht so genial. Trotzdem möchten wir das Stück für Stück jetzt mal in die Hand nehmen. Aquana. Haben nämlich hier Shiny Aquana. Wir haben Shiny Aquana mit Blumenkranz und wir haben hier ein 100%iges Aquana. das möchten wir jetzt auf Level 50 ziehen. Das heißt, ihr seht hier 296 XL-Bombombs braucht es und es kommt auf 3521. Wir haben 407 WP dazubekommen. Ist jetzt ein Level 50er. Ist auf jeden Fall eine coole Socke. Wir machen weiter mit Flamara. Hier habt ihr auch. Ihr habt einen Shiny Flamara. Ihr habt Shiny Flamara mit Blumenkranz. Wir haben einen 100er. Und das, wenn wir jetzt auch auf Level 50 ziehen, brauchen wieder 296 XL-Bombombs, 250.000 Staub und es kommt auf 3424. Eigentlich sind das recht gute Werte. Also recht hohe WP, müsste man sagen. Früher war es krass, wenn ein Pokémon über 2000 WP hatte. Dann, wenn es an die 3000 kam und jetzt haben sogar die Evoli-Entwicklungen schon 3400 noch was. Das ist eigentlich eine starke Nummer. Blitzer fehlt als nächstes. Haben wir auch wieder ein... Wir haben hier ein Shiny. Wir haben hier ein Shiny mit Blumenkranz. Und wir haben einen 100er, was hier 2888 hat. Das war damals immer mein Lieblings-Pokémon. Blitzer. Kommt auf Level 50 leider nur auf 3265. Trotzdem ist gemaxed, ne. Heute Max out Monday. Eigentlich wollte ich das am Montag machen. Aber ich habe am Montag dann trotzdem ein Gewinnspiel gemacht. Dann haben wir, weil wir die gerade so hatten, nach Tara. Habt ihr auch hier als Shiny. Als Blumenkranz-Shiny. Und hier das 100er. Wird natürlich auch gemaxed auf 2416. So. Bitteschön. Auch 100%. Level 50 wird hochgezogen. Ähm. Psiana als nächstes. Da ist auch Psiaugon dabei. Haben wir hier auch natürlich wieder Shiny. Blumenkranz-Shiny. Und wir haben das 100er, was auf 3583 kommt. Wieder 286, äh 96 XL-Bonbons rausgehauen. 3583. Ist, glaube ich, mit das Höchste. Was die WP angeht. Jetzt fehlt noch Vollie-Purba. Haben wir auch wieder ein Shiny. Ein Shiny mit, ne Moment. Hier ein Shiny mit Blumenkranz. Und ein 100%iges. Das müsste das sein. Auch wieder gepusht auf 3328. 3300. Oh mein Gott. Und wir haben noch eins übrig. Und das ist Glaziola. Und ich glaube, Glaziola kommt sogar noch höher als das Psiana. Auch hier haben wir natürlich wieder ein Shiny. Wir haben ein Shiny mit Blumenkranz. Und wir haben ein 100%iges. Und das ist jetzt schon auf 3126. Und kommt auf 3535. Müssen wir da nochmal vergleichen. 3535. Glaziola. 100%. Wenn wir das mal eingeben hier. Plus. Evoli. Dann habt ihr alle Entwicklungen. Und das nach WP sortiert. Seht ihr, was die Höchsten sind. Toll. Das heißt, Blitzer ist das Schlechteste. Hä? Fehlt da nicht was? Das Nachtara stimmt. Das Nachtara hängt hier unten rum gut. Nachtara ist das Schlechteste. Das sollte man halt wirklich nur für die GBL einsetzen. Oder so. Für die Hyperliga. Ansonsten habt ihr dann Blitzer mit 3-2. Folie Purber mit 3-3. Flamara mit 3-4. Feninara mit 3-4. Und die Top 3 ist Aquana mit 3-5. Glaziola mit 3-5. Und Psiana mit 3-5-8-3. Psiana damit also im Prinzip die stärkste Evoli-Entwicklung. Wenn man nach den WP geht. Glaziola direkt auf Platz 2. Da Aquana sehr viele Alternativen hat. Selbst ihr könnt ja auch Kingler oder so mit Wasserattacken nehmen. Kyokre nutzen viele. Mittlerweile aus den Raids. Glaziola finde ich als Eisangreifer. In seinem Element aber immer noch richtig genial. Oder eben auch Psiana als Psychoangreifer. Psiana und Glaziola. Wenn ihr irgendwie ein Hunderter habt. Ich würde immer Psiana oder Glaziola draus machen. Ich würde wahrscheinlich sogar eher Glaziola draus machen als Psiana. Ihr könnt ja mal reinschreiben. Habt ihr auch eine Evoli-Entwicklung auf Level 50 gezogen? Und wenn ja, welche und warum? Weil es die eurer Meinung nach stärkste ist? Oder weil es euer Lieblings-Evoli ist? Also eure Lieblingsentwicklung? Oder weil ihr nicht wusstet, was draus wird? Und habt einfach entwickeln gedrückt? Und dann war ein Fragezeichen da. Und es ist also entweder Aquana, Flamara oder Blitzer geworden. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich glaube aber, zur Feier des Tages werden wir auch noch einfach ein Evoli nehmen. Und zwar das höchste Evoli, was wir jetzt hier noch auf der Hand haben. Wir haben ja auch noch eins mit Partyhut als Hunderter. Wir haben ja das noch als Hunderter. Wir werden auch dieses Evoli nehmen und auf Level 50 pushen. Das braucht 118 Bonbons, 296 XL Bonbons und 338.000 Staub. Also auch das pushen wir auf 1210. 100% Evoli, Level 50. Warum nicht? Ruckzuck und Sternenschauer. Joa, ansonsten haben wir ein paar Shinies hier übrig. Noch ein paar andere Hunderter, die brauchen wir aber eigentlich alle nicht. Was ist das? 41. Digga, geh mal weg. Du kannst nicht bestehen gegen deine Brüder und Schwestern. Ein kleines Push-Video also noch so nebenbei. Zum Abschied. Ja, 10 Minuten reicht. Müssen wir nicht weitergehen. Also nicht, dass es mir darauf ankommt, dass das Video 10 Minuten geht. 8 Minuten reichen vollkommen mittlerweile. Es muss nicht mehr auf 10 Minuten sein, aber ist nicht zu lang. Das dürfte also das Video dann für Freitag sein. Ein kleines Push-Video. War mir wichtig. Ich wollte das nicht heimlich, still und leise machen. Ich überlege sowieso, noch ein Video zu machen demnächst, wo ich alle meine Level 50er-Pokémon zeige. Und etliche Pokémon während des Videos dann auch noch auf Level 50 bringen. Shiny-Sammlungen muss ich noch alles machen. Alles, was in letzter Zeit als Shinies reinkam. Das noch durchentwickeln, dass die Familien voll sind. Viele Fragen auch immer. Da kannst du mal alle deine Shinies zeigen. Das können wir vielleicht morgen machen, weil morgen wäre Samstag. Ich weiß nicht, ob wir da schon da sind oder nicht. Also kann ich ja für den Samstag gerade, weil Wochenende ist, mal ein extra langes XXL-Video machen. Und das seht ihr dann morgen. Das war es jetzt eigentlich für Freitag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß die Woche über und ihr vermisst mich nicht so sehr. Ich bin ja dann eh nochmal kurz da, bevor ich dann am Donnerstag die Woche drauf wieder abhau. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut euer Ramses und schreibt mal rein, was würdet ihr mit einem 100er-Evoli machen? Welche Entwicklungen würdet ihr aus dem 100er machen? Und wie viele 100er-Entwicklungen habt ihr? Und wie viele habt ihr auf 50 gepusht? Und was ist euer Lieblings-Pokémon? Was ist eure Lieblings-Entwicklung? Haut es mal alles rein. Guckt euch an, wie es die Schnecke anschaut. Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, vorhaut. Euer Ramses.